flugzeug mann das ist nur die musik das musik was ist das juhu so wie der fall ausgestattet da nach dem ersten 1 aber hier kann man hoch und da blinkt was es macht bling mit Muster dekoriertes Silberring das ist auch hübsch das von Silber Server entstehen wie fandest du den Film ich mag von Fantastic Four nee als ich so was geil daran war Jessica Alba das ist richtig mehr aber auch nicht nee ich mag die Art von ich mag die Helden da quasi nicht muss ich ehrlich sagen ist nicht so mein Fall ist doch auch Ding ich glaub DC kann sein nee uja weiß ich jetzt gar nicht ich weiß es jetzt eigentlich auch gar nicht guck so sehr interessiert es mich ja denke ich mir auch nämlich gerade was machst denn du da eigentlich ich muss doch in Lauf oder hast du hier einen hübschen Waldspaziergang oder was ja ja ein bisschen Konditionstraining das ist so ein Kletterwald in dem du immer runterspringst ja genau das ist ein Kletterwald ah ok ja ich hab gedacht ich muss da auf die Brüstung hinspringen hä Brüste hä hat Brüste gesagt iiii Penis was was erzählt erzähl dir mal ein Arbeitskollege sagt der Frau zu ihrem Mann ich lass mich von dir scheiden du bist du bist mir zu kindisch er darauf ha ha du hast Scheide gesagt ha 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 die die Scheide das ist wie oh leu hofft erhofft er ist drumgelust trotzdem gesagt wo bis zur Kürze das sind los klar o sattes im Hof zu sagen ou irgendjemand das Deutschland hoffen er hat Sockner Echt er oder sch 참maten schweißen auf auch die Fall natürlich ab die sich im Ruf wie Atomkülze natürlich die Welt na okay das weg nach der Nacht nachladen war ich schieße weil ich nicht immer daneben natürlich aber 10 Schuss drauf sein ich hab's ja und schlag gegen die Wand wir haben Schattenboxe Scheiße 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 ich hatte ihn im Visier im Visier wohlgemerkt im Visier Schmerz doch über die Mauer ich hatte lieber noch ich hab dich gesehen und ich rieche dich ich rieche meine Kaka das Scary Movie hab ich schon lang nicht mehr gesehen ist mir letztes auch aufgefallen Scary Movie? ja ja was wären deine letzten Worte an sie gewesen? Laufschlampe Laufschlampe Lauf! Lauf! da war bei einer schon ziemlich dummen Humor muss man schon sagen das ist aber geil ab und zu das Niveaulose wo man einfach nicht denken muss feier euch ich würde ja da wo einfach bloß dran hock schaust den Film an mhm wie Jane und Silent Bob da muss keine da muss ich nicht helfen ja aber er ist ähm nicht dumm der Film wenn wir ehrlich sind nein aber da kommen halt so Gags wo halt wirklich nicht anstrengend wo dich halt wirklich nicht anstrengend ja die nicht sehr anspruchsvoll sind das ist richtig am besten ist es bei Dogma am Anfang mit dem Schnabeltier auch Gott hat Humor siehe das Schnabeltier und dann alle die der Text ja das richtig richtig cool der Anfangstext genau stimmt da werden sich bei so einem Film viele Leute beleidigt fühlen in ihrer Religion ja 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 die das Schnabeltier anbeten das heilige Schnabeltier was ist das? was ist das? das ist so gute Frage was ist das? ein Zerstörber auf jeden Fall Spinnennester oh ne vielleicht kommen in dem Spiel doch noch riesige Spinnennester ach sind das Waffen? Waffeln? das kann sein das können Gewehre sein ne vielleicht sind das da oben Tote oder so Totem? hm 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 verlegter Waffe oh zufällig hm 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 ich schätze mal ich muss da rüber ah gut weil ich wäre jetzt nämlich wieder ins Wasser gesprungen ja wenn du eine kleine Schwimmrunde eingeklickt ja natürlich ich bin ich habe ja Zähpferdchen Zähpferdchen Leistungsschwimmer ja ich kann ganze 30 Sekunden unter Wasser bleiben ja mit dem Arsch aber ja ich atme durch den Arsch und ich erzeuge Blubberblasen zu können du kannst warme Luft zum Stil äh kalte Luft zum Stinken bringen ja genau boah ha 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 filmreif filmreif abgang da hätte bloß das waaah der Willhelm schrei ja der Klassiker der hätt gefehlt das ist ja richtig geil ob ich fertig mit dem trinken kürzlich was er so kakao ist schon cool aber schon richtig männlich absolut männlich wir könnten sie später auch noch ein bisschen Zeit guck doch mal ein bisschen das Wasser an da stirbt man doch nicht also bitte ne so geht hin auf die Duschen schau dir an wie heißt es ähm äh 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 Indiana Jones 4 da stürzen sie aus um Wasserfall sogar 3 stürzen sie runter hast du den vierten Teil angeschaut wie fandst du den? nicht so gut voll der Scheiß das war ein Film von Erich von Dänningen mit den Aliens den vierten Teil hat den ich sogar auch Disney gemacht? ich weiß es nicht ich auf den bin ich gespannt auf Star Wars angeblich äh ich hatte was muss ich machen? ja weg springen wow warten auf den fand nimmerleins Tag ähm einen Kunden gehabt der war mit seinem kleinen Jungen da der hat dann auch erzählt er hat das Star Wars Lego und er hat jetzt schon äh das Hörspiel ähm vom neuen Star Wars gehört weiß also schon um was es geht und was alles passiert scheint schon sogar zu geben aber noch nicht den Film der so noch mit der Arbeiter super toll da musst du hoch und auf den Lkw schießen oder? ja da sind fast drauf ich kann von hier schießen sehr schön Bingo War schön zu accounted nein 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 der Traktor war glitschig blüft und so stor So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Letzt Fall. Heute ist echt der Wurm drin, also in letzter Zeit kacke ich voll ab. Am Schluss sowas von. Der gute Panzer, äh, haben wir. Oh, 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 springen auf. Oh, das war wieder knapp. Oh, dann kommt sie nicht mehr zurück. Das kann bestimmt niemand reparieren. Vielleicht K-Class. K-Class repariert, K-Class tauscht aus. So ein Schleichwerbung, ne? Oh, ja. Alter, scheiße. Was flimmst denn du auch durchs Wasser? Ich weiß es, ich konnte mich da nirgendwo in Schutz bringen. Ja. Wenn der jetzt kommen würde, das wäre was anderes. Springen wir auf den nächsten Fällen. Ja. Ja. Da kommt der schon. Ja, und schießt doch nicht so gut. Du siehst da wie so ein Affe hängen. Du bist ein Affe. Ja. Das weiß ich auch. Du kletterst doch nur so den ganzen Tag durch die Bude. So will ich pinkeln. Iii, Keime! Ne will mir an der Stange fest. Du bist doch leal in deiner Decke. Ja, da hängt doch schon eine. Ja, ja. Da schwingst du jeden Morgen aus dem Bett raus. Ja. Im Lenden-Short. Scheiße. Wieso ein Lenden-Short? Das ist doch ein langbuschigen Schwanz. Ja, ein Schwanz. Ja, ein Schwanz. Ein Schwanz. Ein Schwanz. Ja, Mann. Ich hänge mich immer an meinem Schwanz auf. Und segle durch die Wohnung. Ja. Machst du dann hier einen schönen Haken? Ja, natürlich. Natürlich. Super. Hätte ich auch gerne können. Mhm. Weißt du, was du dazu brauchst? Ein haarigen Schwanz. Ja. Oh, liebe Zuschauer. Es tut mir leid. Was wir hier euch zumuten. Und es ist immer noch die gleiche Session. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Oh. Die fliegen. Ja, habe ich auch gehört. Wir tun uns wieder zehn Kinder ficken, brumsen. Was? 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 Äh. Äh. Lauf, lauf. Ähm, 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 ähm. Knattern. Knattern. Knattern? Ich habe nichts gesagt. Okay. So, da müssen wir lang. Ich denke mal... Ich weiß es nicht. Hier. Wo ich gerade war. Oder? Hä? Hä? Ich weiß echt nicht, wo du hin musst. Hä? Wir sind den komplett falschen Weg gegangen. Ne, ne. Wir müssen wieder komplett zurück. Komm ich da nicht hoch? Ah, jetzt. Aha. Oh. Ja, genau. Freestyle. Freestyle. Das war jetzt bloß, um zu zeigen, wie man es nicht macht. Oh, da ist das Flugzeug. Oder was davon nur übrig ist. Mit dem Pin-Up gehört. Da sind auch schon wieder... Waren da welche? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ja, da waren ein paar Gangster. Vier Stück. Aber wenn ich mir so Felder anschaue, kommt er mindestens gefühlte... 20. Wenn nicht sogar mehr. Nasti hat mich gesehen. Die haben einen Mario-Radar. Oh, oh, oh. Voll die Cheater, Alter. Ich warte noch. Ich warte... Ich habe Zeit. Okay. Wir gehen jetzt an. Wir gehen jetzt an. Wir gehen jetzt an. Wir gehen jetzt an. Das ist ja automatisch. Komm. Scheiße. Oh, 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 oh. Oh, Scheiße. Okay, ich warte es einfach ein bisschen. Du, 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 du. Du, 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 du. Trifft er mich? Ne, warum sollte er nicht treffen? Ich weiß es nicht, aber... er hat immer so ein bisschen zusammengezogen haben geschossen hat okay auch mal ja sie haben sie bestätigt das meiste sind ja auch ein großes neues sind sogar noch zwei das ist jetzt alter das gibt es doch nicht was hat denn der west ist hat der gott oder an also ich hab den doch jetzt gefühlte ein gefühltes magazin reingerahmt wo ist der sie versteht das ist doch unfassbar siehst du das jetzt und ich muss schon wieder niesen was ist denn los oh verzeihung danke musst keine nacht laden oh gott das bedeutet ich werde krank hoffentlich nicht kann ich jetzt nicht gebrauchen so haben wir hier aufgeräumt äh aua 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 okay jetzt kommt da schon wieder einer oh 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 wo ist hier die mauer da ist ne oh und da hat man die munition weg weg zack äh 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 nicht in die alle schießen äh ich dachte es wäre eine raffinesse hier in dem spiel ne ne das ist alles so zufall na wo ist er denn der ist so tot echt ja klar der ist und zwar das war noch 3 das war noch 2 das war noch 2 bist du sicher mhm mhm deine verantwortung naja aha er ist gerade in das kommen hätte ich jetzt auch gesagt er ist es so je ich habe videobeweis ja richtig na das sehe ich ja dann ok nah laden muss ich nicht bast da war doch irgendwas mit L2 gell ja jetzt gerade eben ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht ja ja das war kurz hat es kurz aufgezeichnet äh geleuchtet aber ich habe es verpasst das zu drücken ich denke mal das gibt es hier was Kisten ja das kann ja helfen und Granaten ich denke mal du musst die Wand frei schießen ja ja versuche mit einer 9mm eine Wand frei zu schießen super verdammt verdammt wieso habe ich es nicht gedrückt musst du hier irgendwas machen ich komm kann ich da das 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 ja jetzt recht zu dem weißen wer ich drücke aber rechts das will von mir ich sag's immer wieder das letzte Lerner was ich glaube du musst überhaupt gar nicht diesen Ranke ja gut, hier sind viele Ranke und eine Birke und eine Tanne Boardslight spinn ich jetzt? ich glaub du musst da nicht lang ich glaub du musst ins Flugzeug hoch nee oder? doch, glaub schon da hängt sogar noch ein Seil ok warum sollte er zum Flugzeug gehen wenn er da nicht rein will ja 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 na ja 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 jetzt müssen wir Helene Fischer retten jetzt musst du dann ein Lager aufschlagen wie in der Forest das ist ein paar Bohnen oh das wird sie nicht feiern ist aber cool da schießt noch nicht ja ja auf dich was 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 wo kommen die schon wieder her aus dem Boden na 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 lad auf lad auf lad auf lad auf lad auf lad auf und zack oh ach scheiße der Ball geht vorher so viel Bahnschüsse ab wir sind uns selber schuld und glatte Hedger und da oben kommen welche ich weiß jetzt aber dahin zack das ist es ist der andere war hier ich immer nach unten zieht schief in der 2 zum dr golle mit ich weiß nein ich habe schon wieder jemanden gehört also wie viele denn noch mal so ganz ist es ist das betriebe so das sagt man zu großen firmen da wo von einer familie 20 parteien arbeiten was so gut wird wenn ich jetzt hier keine namen nennen firmen die traktoren oder sowas bauen die deutschland oder sowas kürzische wiederführenden oder kartoffeln kürtgert auf den so gut ist es doch nicht er noch die für qualität und Katoffel und die Stärke Baklisch und auch tun die Zielsetzen aus dem Ziel das Ziel automatisch und schießt sich wie sie schießt das ist auch so ein Mann auch zu helfen wurde hat sich selbst in die luft fertig ok 3 mit 2 mit dem schrot von da hinten trifft er mich mit dem schrot ja ja bei dir sauber durch die stirn das weiß ich kopfschüsse schon ja meine belohnung freigestellt was krieg ich goldtale ein überraschungsei meine nase läuft jetzt nicht mehr wo läuft sie nach dem buch zu war auch schon und wie ist das wetter durchwachsen mit feucht das ist bei hau mit dem anderen mit feucht lillie macht das ist doch das wort nicht es ist der bahn er hat doch dass wir sie gehen nach wo vier stunden ist feucht vor ich bin froh dass wir der roboter mit dem hohl die muss vorsichtig sein. Das ist uncool. Das ist mega uncool. Ich hätte wahrscheinlich noch selber gebaut.